Juhu, da werden die Motoren gestartet. Ah ja, er muss, er wird wieder da. Ja, er wird fertig gemacht. Der muss noch trocknen. Gleich kommt der Koch. Mhh. Dieses Video ist speziell für Kinder gemacht. Ich denke auch. Das solltest du anhaken. Er freut sich wieder, der Vater freut sich. Ja, und damit willkommen bei The Texas Chainsaw Massacre. Der erste Folge nach der Beta. Oh, großvater. Ja, ich bin... Ja, ich bin der Koch und ich bin noch dabei. Und Sissy singt. Sissy singt immer. Erstmal Autobatterien machen. Bis man sie zum Schweigen bringt. Na, bis ich wieder auf die Fresse kriegst. Ja, richtig. Ich hab mir nämlich auch so ein Guide-Video angeguckt. Und man soll immer die Autobatterie anmachen. Mit X kann man die Kamerawinkel einstellen. Ist tatsächlich das erste richtige Video jetzt von dem Spiel, oder was? Bei dir, ja. Na ja, die Beta habe ich ja schon. Ja, ja, die Beta hast du ja gespielt, das richtig. So, wie ging das Spiel noch gleich? Ah, so, okay. Ah, Sodaskar. Mm, Sodaskar. Hi. Die Schlüsse Gewalt. Der Erlkönig. So, Türen sind abgeschlossen. So, Türen sind abgeschlossen. Sissy singt. Wer regt sich schon wieder auf, der Vater hier? Ja, schon wieder so. Dann ernten wir erstmal ein bisschen Blut. Ja, wir müssen den Großvater schnell aufwecken, ne? Ja. Aus dem Traum. Großvater. Ja, der verpasst wieder alles, weißt du? Ist auch nicht mal einfach mit dem. Der ist halt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ja, ist richtig. Aber schreien kann er wie ein Großer. Ja, hier, guck mal. Ihr Plebs. Die Opfers haben ihn ausgeweckt. Oh, jetzt haben die das Füttern abgebrochen. Ja, der ist gut, ja. Aha, hier ist direkt einer unter mir. Zwei. Ey, der geht hoch. Der ist in der Hütte drüben. Ja, hin da. Jo, den schnapp ich mir. Können wir nicht zulassen. Komm her, Junge. Was? Ja, Leatherface. Da guckst du blöd, ne? Was? Leatherface guckt du auf? Ja. Warum? Ja, weil er ja ein Survivor in Büscht ist. Ein Opfer. Konnte das passieren? Ja, Leatherface, schneid doch mal frei hier und tu deinen Job. Aha. Hi. Guten Tag. Hi, Papa. Abschlagen. Einmal ist leer. Ja, der hab ich grad gelootet. Wo ist Großvater? Jo, Großvater sitzt in der Mitte. Ah, Alter, der sitzt ja auf oben. Ja, ja, der hat einen guten Überblick. Nice Overview. Äh. Ich hör hier doch was. Hat die Verbindung verloren? Auch die Schade. Ja, geil. Nur weil wir so gut sind. Oh mein Gott, sie dachte, sie kann sich hier verstecken. Komm mal zu mir, wenn du Zeit hast. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Scheiße, sie ist mir entwischt. Ja, kein Ding, ich räum dir entgegen. Du musst in die Halle gehen. Da ist sie grad reingegangen. Das geht schlecht, da komm ich gar nicht durch. Leatherface, mach das kaputt hier. Leatherface. Hm. Dass man nicht pinken kann in diesem Game, ne? Ja, das wär geil, wie in Hand. Ja. Ja, aber die muss ja, die hat ja keine Chance. Die muss ja, bin jetzt in der Halle. Das ist erstmal Blut aufzeichen. Die muss ja hier irgendwo sein. Die hat also richtig die Buchs voll, sag ich dir. Ich hab sie gelaufen. Ja, ne, ich hab dich. Ne, ja, ne. Da, da, hier sitzt du doch. Was? Ja, die kämpft. Ey, bin ich an der vorbeigelaufen, oder? Ja. Ja, toll. Jetzt geht sie da durch, aber du kannst auch durch, ne? Ich geh mal von der anderen Seite ran. Ja, die ist ein bisschen im Stealth-Mode. Aha, hier ist sie. Da sind beide. Zwei, zwei Leute. Oh Mann. Komm her, Junge. Habst du erstmal hingefurzert. Jo. Nice. Ey, die kommt zu dir durch, hinten. Jo, Leatherface. Ja, sie kommt hier wieder entgegen. Was macht Leatherface eigentlich die ganze Zeit? Ja. Ich wüsste sie auch mal gern. Junge, wie schnell ist er? Okay, ich hab sie. Ja, nein, das Reiden hab ich. Jawoll, ich hab sie. Du wirst, äh, easy. Easy. Ey, sind wir gut. Mann. Conny ist tot. Haha. Ich jage das letzte Opfer. Erstmal, äh, ob. Erstmal... Nein, mein Spiel ist abgestürzt. Nein, Enkel. Ach, diesmal startest du den Motor. Gut. Ja, und du führst den Opa. Ja, durf da. Da läuft der... Der Leland. So, dann komm mal her. Nein. Zack. Stell dich nicht so an, das tut gar nicht weh. Frisch aufgetankt, die Motorsäge. Er freut sich. Ich singe erst mal eine Runde. Where is the Autobatterie? Da ist die Autobatterie. Ja, erst mal rumschreien. Als Dad, ne? Ist ja klar. So, der Generator läuft. Autobatterie läuft auch. Na gut. Du weißt ja wunderbar. Dann schließe ich erst mal das Gate auf, aber wieder gleich abschließen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Abschließen und noch ein Schloss dran? Muss man dann zwei Dietriche finden, als Survivor? Kann ich mir schon vorstellen, ja. Na, okay. Das ist ja besonders ärgerlich. Weil die sind ja nicht so easy zu finden, ne? Ich hab immer direkt einfach zwei Dietriche mitgenommen. Weil du kannst diese Dietrich-Boxen ja unendlich oft looten. Hm. Oh Gott. Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Ja, wenn der Großvater aufwacht, ne? Ah, da unten. They are in the basement. I see. Ja, ja, ja. Und man darf sich als Survivor nicht bewegen, ne? Wenn der Großvater rumschreit. Ja, genau. Das war ja auch key, was ich gesehen hab. Haben wir am Anfang ja auch falsch gemacht. Ich nicht. Ich bin direkt gestorben. Gar nicht die Chance, irgendwas falsch zu machen. Ja, stimmt. Hab einen im Keller. Okay. Ja, ich mach hier oben erstmal alles D. Hab zwei. Schon zwei getötet, ne? Leather Fels und ich machen grad einen weg. Sehr gut. Haben einen. Nein. Ah, hier oben ist einer jetzt. Kümmern wir mich drum, vielleicht. Der Tante hin. Probe, mach auf, ja. Opa will im Keller bleiben, okay. So, ich fütter erstmal euer Großvater. Und dann? Dann gucken wir mal. Wenn du sie aufhören möchtest, dann werden sie bald tot. Ich schließe hier auch gleich mal ab mit dem Schloss. Ich glaube, du hast nur drei Schlösser. Ich weiß. Aber die zwei Gates müssen sie ja aufmachen, um zu fliehen. Okay, haben alle stillge... Ist ich da weh'n oder bist du das? Nee, jetzt bist du. Ja, aber hier soll irgendwo eine sein. Hast du mal gehorcht? Ja, ich hab mal gehorcht. Aha! Hier ist die Tür offen. Ich schau mal hinten bei der Autobatterie. Ja, hast die da nichts versuchen. Ich check jetzt nicht so ganz. Er hört hier in der Ecke immer wehen, aber da ist doch keiner. Hä? Also ganz hab' ich... Äh, hier ist wer bei mir, bei der Autobatterie. Mit dem Gehör noch nicht raus. Gehört? Ja, hab' ich gehört. Ja, also komm. Scheiße. Ja, ich kam nicht so schnell aus dem Keller raus. Die Autobatterie ist... Die Autobatterie ist... Na, ich mach' sie da hinten. Da hinten, okay. Ach, ich kann die noch gar nicht wieder anmachen. Ab dem Zeit, ja, dann muss ich jetzt hier campen. Ich bring' mal Großfahrt auf Stufe 2. Komm' zu dir. Naja, da müssen nicht beide hier rumhängen. Naja, aber ich kann das zuschließen. Bist du sicher, dass das auch zuschließen geht? Ah, ich kann die Autobatterie wieder anmachen. Ja, ja, das Tor kann ich zuschließen hier, vorne. So, Strom ist wieder an. Das Tor hier. Da ist wer? Hier bei mir? Ja, den kommt zu dir. Ah, er rennt zum Großvater. Schlägt einen Haken. Wie so ein Zelthase. Und geht in den Brunnen rein gleich. Keine Ausdauern mehr. Ich auch nicht. Ah, da ist nicht zu, ne? Doch. Hier kann er aber nicht schlafen. Ey! Ey. So, das ist erstmal vergiftet. Kacke, ey. Ey. Leatherface nicht freigeschnitten. Oh mein Gott! Die sind beide. Ah, okay. Zum Glück hab ich die Autobatterie angemacht. So, das war's für ihn. Nice. Könnt ihr. I can handle my life! Komm mal durch durch das Tor, ich möchte es zu schließen. Oder kannst du noch einen, hast du noch einen anderen Weg? Ja, ich komm, warte. Ich komm zu dir. Endlich hast du noch einen anderen Weg. Endlich hast du's auch mal geschafft. Da, auf sie mich erstmal ne Runde. Floss ist dran. Ich komm dann höchstens hier hinten noch durch, glaub ich. Ich bin Leatherface, ich bin Leatherface und ich bin auch der Boy. Ja, er kommt grad aus dem Keller hoch. Immerhin hat er schon Kill, oder hast du jetzt zwei? Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ah, shit ich. Was? Das ist jetzt ein Problem. Du startest die Motorsäge und dann? Was? Wie? Na, das ist ne gute Frage. Das ist ja von ne anderen Richtung. Raus sein. Naja. Ja. Ich war der Koch und ich war auch dabei. Nee, auch aus Hinterausgang. Also bei der Autobahnen. Ja, super. Super duper. Dann haben wir die zwei Schlösser doch was bewirkt. Ja, wahrscheinlich hätte da, hätte tatsächlich irgendwer da campen müssen. Ja. Ja, auf der einen Seite zwei Schlösser und wenn dann da noch einer campt, dann kommen die doch nicht raus. Was müssen wir jetzt tun? Na, was sollen die tun, Fisch? So eine Runde häng ich hier an die Folge noch dran. Und äh, das schneid ich dann hier gleich wieder ran. Hö. Schön dass auch mal wer anders jetzt auch gehängt wird. Immer so, ja. Alexa, wir ne 1 an. Echo Stop Okay, let's go, let's go, let's go So, erstmal Autobatterie, wie immer Erstmal Blut sammeln, wie immer Lecker Vielleicht zwei Looten Sag Großvater sitzt da, okay Großvater Großvater Komm, nimm Noch hat ihn keiner geweckt Ich hab gar nicht auf die Level geachtet von den Verweibern Nee, ich auch nicht Okay, sind noch im Basement, das ist gut zu wissen Der Fest kann sich da schon mal drum kümmern Der Fest könnte, genau Könnte mal was machen Ja Könnte mal was machen Also, theoretisch Aber jetzt auch nur so ein Vorschlag Jo So Annehmen hiermit mehr Ausdauer Kurhe ich der immer nicht so schnell Da wurde gerade im Keller eine Tür geknallt Ich glaube, da kommt gerade einer hoch Wo hier der Aufgang ist, wüsste ich mal gerne Na, da kommt was Auf und zu Ich, ich hör da was In der Halle ist wer Okay Bin bei dir Habe ich so gehört Hier in die Richtung Ja, nee, in die Richtung hier Ah, die Stimmen werden leiser Da vorne läuft doch wer, oder? Ja Ja Wo denn? Hier bei mir Hier Hier Ich nehme die Verfolgung auf Sehr gut Ah, vergiftet Oder was? Hab sie Hast du auch Schaden gespielt? Ja Und das geile ist, sobald ich die vergiftet habe Haben die Im Grunde gar keine Chance Ja, Playstation Hier ist noch wer bei mir Aber ich komme da nicht hin Hier lang? Nein, das bist du Ne, ne, ne Äh, hier rein Okay, da ist ja Ich muss erstmal mein Blut loswerden Ich menstruiere gerade Ey, man, der ist zu dir geklettert Drüber Über die Leatherface-Blockade Ah, ich sehe, ist direkt bei mir Vollidiot Hier ist ein Brunnen rein Okay, wir können hier direkt im Keller Wir müssen hier direkt irgendwo im Keller reinkommen Ich muss ihn erstmal füttern Hier ist noch einer Direkt bei mir Ja, die Animation Ja, die Animation dauert ganz schön lange Wie gesagt, das Gift nicht getroffen Ja, auch in den Brunnen rein Ja, wir müssen da runter Ey, was macht Leatherface denn? Das ist so unnötig Ja, soll man die Scheiße freischneiden Ey, hier ist schon wieder einer Oben? Ja, bei mir direkt Vergiftet Mit anderen Worten, er ist gleich tot Also jetzt Das ist doch der, der im Brunnen geklettert ist Ja Er ist hier so OP, ne? Ja, true Also wirklich ultra unbalanced Du furzt die Leute einmal kurz an und dann Noch einer im Keller, oder was? Werden wir vielleicht gleich rausfinden Ich bin schon wieder voll mit Blut Oh, ich liebe dich, Grandpa Ich höre hier nix Ich schaue mal nach der Autobatterie Ja, die Exits sollten wir im Auge behalten Komm ich hier aus diesem gottverdammten Keller will ja nicht raus Okay, am Sicherungskasten war auf jeden Fall noch keiner Aha Hier bei mir Ist einer Aber eher unten im Keller, ja Okay, dann überprüfe ich das hier nochmal Mir Ja Nice, hab ihn Sehr gut Ne, doch nicht Ey, meine Maus ist disconnected Hallo Oh Oh, nee, ne? Ich hasse es Er kommt hoch Ja, Lizardface Oh mein Gott, ist der retarded Er rennt immer nur mir hinterher und nicht den Opfern Ja, genau das, was zu erwarten war bei dem Typen Richtig Ach, da hinten ist er Der flieht gerade Übrigens Wo flieht er denn? Über die Batterie oder so Ne, über die Batterie nicht, da bin ich gerade Ja, dann Was bei mir ist hier Ich hab keine Ahnung von der Irgendwas muss so sein Ich hab keinen Zugang Wo ist dieser scheiß Durchgang? Oh mein Gott, ey Wenn man die Map nicht kennt Wie kam der denn hier durch? Bin gleich bei dir Ich hab nicht genug Ausdor Zu zweit kriegen wir das schon gewuppt Hä, das Tor ist doch auf Warum ist er nicht geflogen? Ach hier Jetzt flieht sie Nein Sie ist raus Hier bei mir ist direkt noch einer Unbedingt aufhalten Wie weit? Kann ich noch anmachen, den Jenny? Fuck, ich seh's nicht mehr Hab's verloren Ich schaue den Jenny an Okay, ich geh erstmal Großvater für dann Nein, lass mich hier durch Mann, Leatherface Generator wieder angeschaltet Bist du, ne? Ja, das bin ich Hä? Jetzt hab ich einen Schlag an der Tür gekriegt Hat wer die Tür aufgemacht Der hat die Tür ins Gesicht geknallt Leatherface läuft ja einfach die ganze Zeit dumm durch die Gegend Ja, richtig Muss ja hier irgendwie im Gebäude sein oder so, ne? Also diese Geräuschfunktion Funktioniert irgendwie nicht so richtig Hier, trinkt das Ich muss sagen, als ich die Beta gespielt habe, habe ich das aber auch nicht so ganz verstanden mit dieser Geräuschfunktion Oder ich höre die ganze Zeit auch So, jetzt sehen wir ihn Aha, hier ist er dabei, was? Ja Bei mir, bei mir, bei mir Gekommen Jetzt kann er sich nicht mehr verstecken Er ist da, er ist da beim Denny Er ist hinter dieser Absperrung Da hockt er Jo, das war's Alter, jetzt hast du dir den Kill auch noch gesnackt Das gibt's doch gar nicht So, ich wär in den Brunnen gegangen Ja Stabil CC, OP All right, kills, easy, easy Nein, ist nur luck Ich glaube, ich bin im Moment der beste CC-Spieler EU-West Ist nur luck Alles nur luck Die Opfer haben überlebt, aber zu welchem Preis? Die Opfer haben nicht überlebt Ich hab sie alle umgebracht, bis auf eins Warum hat der 1490 Punkte? Was hat er denn gemacht? Vielleicht hat er ein paar Absperrungen kaputt gemacht Ja, das gibt so viele Punkte Weiß ich ja nicht Ja, ich würd sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Mein Name ist Tom und bis dann Bis dann Bis dann Vielen Dank.